Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video und einem weiteren Spiel aus diesem ominösen Best of Five zwischen Semper Blender und Dawnrim, wo ich aber nur zwei Spiele mir genauer anschaue, weil das ganze ein wenig eindeutig lief am Ende des Tages. Wir haben uns schon Black Forest angeschaut, die zweite Karte die beiden gespielt haben ist Arabien und da hat sich Semper Blender für die Mongolen entschieden, während Dawnrim in Rotia die Berber spielt. Ja, kann man zu einem gewissen Grad als Konter sehen, denn die Spezialeinheit der Berber, die Konter hervorragend die Spezialeinheit der Mongolen und auch grundsätzlich ist er natürlich die Kamele der Berber gut geeignet, um der Armee der Mongolen recht gut herz zu werden. Ich denke mal, das ist kein gutes Match-Up hier für den Semper Blender. Vor allem, wie wir ja im Spiel davor auch noch mal beobachtet und erwähnt haben, er ein sehr Late-Game freundlicher Spieler ist und im Late-Game in das Late-Game auch zu kommen als Mongole gegen die Werber, das wird auch nicht ganz so einfach sein, glaube ich mal. Schauen wir mal, was er daraus macht. Er hat bislang schon mal ein gutes Scouting an den Tag gelegt und auch sein Opening relativ sauber runtergespielt. Also schauen wir mal, wie das hier so weiterläuft. Aktuell sieht alles noch recht normal aus. Jetzt geht er hier auf Holz. Wunderbar, wunderbar. Ist auch eine relativ gute Position hier für sein Holz, würde ich sagen. Das Holz hier auf der rechten Seite wäre ein bisschen schwieriger zu verteilen gewesen. Deshalb, ich denke mal, dass auf der linken Seite das ein bisschen nach hinten geht, das ist doch die gute. Jetzt hat er hier seine Reale bereits gescoutet, die könnte er jetzt schon mal anlocken. Also ich habe da ja schon alles weitere gefunden. Hier könnte er natürlich noch seine weiteren Proteine mitnehmen. Da fehlen, glaube ich, nur noch die beiden. Erstmal kommt der jetzt mal das Wildschwein. Jetzt wieder diese Aktion, dass er einen doch wunderlos schickt, um Holz zu hacken. Oh jeje. Okay, das ist nicht gut gelaufen. Muss natürlich anders gehen. Das Wildschwein soll natürlich unter dem Dorfzentrum letzten Endes. Also besonders wenn man diesen Trick mit dem, da verwendet das das Dorfzentrum auf das Wildschwein schießt, dann hat man eigentlich alle Karten in Hand, um das Wildschwein genau dort zu platzieren, wo man das haben möchte. Also das noch mal üben auf jeden Fall. Aber diese Aktion, hier einen Dorfbrunner zu schicken zum Holzsacken und den anderen am Dorfzentrum zu lassen, ist aus mehreren Gründen Unsinn. Der Hauptgrund wäre, dass der Dorfbrunner hier jetzt alleine steht und halt eher ein Opfer von einem Scout werden könnte. Jetzt hat er ja schon Webstuhl erforscht, was zu dem Zeitpunkt natürlich auch ein bisschen früher ist. Aber grundsätzlich wäre es besser, halt einfach alle Holzfäller hier jetzt zu haben, damit die sich auch im Zweifel zusammen verteidigen können. Kommt das zweite Wildschwein erstmal. Ist ein bisschen zu spät, aber nicht so tragisch, würde ich sagen. Haben wir an ein Haus gedacht. Ja, haben wir. Da kommt es auch. Aber wieder ein bisschen komisch platziert, da müssen wir auch noch mal dran arbeiten. Würde ich ein bisschen weiter weg machen, sonst könnte er hier, ja gut. Ja, nee, ich glaube, die Position passt noch einigermaßen. Es sah für mich näher aus, als es es jetzt ist. Aber ja, dass sich hier so zu verbauen ist natürlich, wenn man noch mit mehreren Dorfbrunnen dran möchte, im Zweifel ist es optimal, aber ist ganz gut gelaufen. So, jetzt kommen jetzt auch die Regeln von da oben. Wunderbar. Der Frussamt darf nicht in der Pampa stehen, wenn der Gegner jetzt hier vorbeiläuft, mit seinem Scoutland ist der weg. Und ich weiß nicht, wie es mit denen hier hinten aussieht, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, die hatte sich auch noch geholt. Ja, so weit wegzulaufen mit den Scoutenden Truth-Händen bin ich auch kein Fan von. Und auch hier wieder von dem Sammelpunkt, der einfach mal schön an die nahgelegenen Bäume legen. Das hatten wir in dem Spiel davor auch, dass die Holzfäller sehr, sehr komisch verteilt werden. Dass sie nicht einfach da, wo es offensichtlich wäre. Also ganz nah an das Holzfäller-Lage gehen. Aber ja, das ist jetzt auch ein Detail, was wahrscheinlich nicht Kriegsentscheidend sein wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Verbesserungswürdiger Punkt. Was wir aussehen, schon 41 Sekunden, buntiges Dorfzentrum, Gegner mit 98 Sekunden natürlich auch nicht Weltklasse, aber zu vermeiden auf dem Fall, würde ich mal behaupten. Geht jetzt auch gleich auf den Weg vor der Zeit, in der recht guten 18, 19 Population vor der Zeit. Das ist besser, wenn da auch bald möglich. Müsste nur mal kurz seine Ressourcen abliefern, dann kann er hochklicken. Hat aber noch zwei davon in der Schleife, wieviel Bevölkerung er jetzt hier hochgehen will. Bei beiden würde sich ja ein Scout-Opening anbieten. Muss man natürlich nicht machen. Man kann mit beiden Milizsoldaten spielen, aber kann mit beiden Bogenschützen spielen. Das ist absolut alles im Rahmen, sag ich mal. Ja, gespannt, wofür sich die beiden jetzt hier entscheiden. Das ist erstmal Quatsch hier. Da wird Rot seinen Scout verlieren im Zweifel. Ich hoffe, wenn er denkt daran, seinen angeschlagenen Dorfbruner zum Dorfzentrum zu ziehen, macht er. Wunderbar, gefällt mir. Also ich würde jetzt zu diesem Zeitpunkt des Spiels nicht noch das dritte Reanlocken, sondern mal gucken, was der Gegner macht, weil er jetzt hier komplett blind ist, aktuell. Und ja, die Kaserne ist auch ein bisschen spät. Du sagst, es wäre jetzt hier weiße Gegner, wir haben das Scout schon in der Nähe und müsste bald in der Verdachtzeit sein. Da würde ich, ja gut, also, ich weiß nicht, wie es mit Semper Blenders Quick Wall Skills aussieht, aber da würde ich vielleicht dazu tendieren, den präventiv hier so ein bisschen einzumauern, um das Ganze zu schützen. Aber mittlerweile hat er hier das Holz aufgeräumt. Das ist deutlich effizienter. Sehr schön. So, was soll es werden? Was ist dein Plan? Sieht nach Scouts aus, anders würde es für den Ressourcen nicht passen. Und hier geht er auf, Wunder hier. Ah, ist doch gar nicht in der nächsten Zeit. Der Gegner ist in der nächsten Zeit. Ja, also dass er hier noch das Reh holt. Grundsätzlich verstehe ich es natürlich. Man möchte natürlich die Rohstoffe noch holen, aber jetzt geht er halt blind rein. Wenn er jetzt mit Schwerkämpfern ankommt, dann wird es haarig erstmal, weil er das nicht direkt kommen sieht. Ich habe die Häuser auch schön genutzt, die ich erst kritisiert habe. Jetzt wird das hier so ein kleiner Ball auch noch. Also eigentlich ganz gut umgesetzt, muss ich sagen. Wobei die Dame hier arbeiten möchte. Oh, das war ein Missklick. Was haben wir hier? Da kommt der Stall. Wunderbar. Das können wir jetzt hier im Produktions-Tab schon sehen. Das wissen wir als Perspektive von Semper Blender natürlich nicht. Gegenüber geht selbst auch auf den Scout Rush. Hat schon Scouts in der Produktion auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der... Das muss ich mal jetzt im Sound hier checken. Ähm... Fassen... So, weil sonst hören wir, wenn der Gegner Einheiten ausbildet. Okay. Das muss ich mal kurz anhalten. Also grundsätzlich okay, hier ein Speerträger preventiven zu machen. Vor allem, also kann er auch sein, dass er erkennt und weiß, er geht grundsätzlich fast immer auf Scout Rush, aber er ist mit Bärbern erstmal blind anzunehmen. Hängt er zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Milizen oder Schwerkkämpfern da war. Ist schon okay. Kann man drauf, kann man drauf gehen, denke ich mal. Ähm... Die Schmiede hier ist viel zu früh. Das ist jetzt Holz, das man eigentlich in Felder umsetzen möchte. Besonders mit dem Scout Rush. Du kannst dir sowieso keine Upgrades leisten. Also wenn du jetzt ein Upgrade machst, dann sind das zwei Scouts weniger, die du ausbilden kannst. Und, ähm, ja. Du kannst die Schmiede nicht effektiv benutzen in diesem Zeitpunkt. Das ist viel zu früh. Die zwei Scouts, die du dir mehr leisten kannst, die sind, äh, mehr wert. So. Hm. Scout Kampf hier. Er hat weniger Lebenspunkte, zieht sich zurück, ist richtig. Jetzt sieht er hier den zweiten Scout auch und weiß Bescheid. Ist auf jeden Fall ein Scout aus dem Gegner. Ich weiß nicht, ob er, er hat das, äh, Feld Upgrade nicht gemacht. Ähm. Ist aber auch okay. Manchmal kann man es sich halt nicht leisten, wenn es nicht, äh, so perfekt gelaufen ist. Aber die Schmiede, äh, er benutzt die Schmiede auch nicht, ne? Also er hat jetzt hier, ähm, was ist es? 175 Holz ausgegeben. Ohne, dass er davon irgendwas hat. Also komplett verschwerte, das dürften wir, das hätten mehr Felder sein müssen. Wir haben hier die, ähm, die, ähm, die... Schauts an, er hat aber Schmerträger und sein eigenes Gras parat. Also sollte erstmal kein großes Drama werden. Ah, jetzt ist aber hier eine Unterzahl. Ja, Mikrofon geht da ganz gut. Hat sich hier aus der Bredouille gewunden. Ein Scout erstmal down. Hier nicht weiter hinterherlaufen, das wäre richtig, genau. Jetzt schnappen sie sich aber den Schmerträger gleich alleine. Dann muss er vielleicht noch einen Hieb reinkriegen, das wäre super. Ja, und, äh, beim Scout Rush, der Scout Eröffnung immer super wichtig, ähm, das Holz dann immer sehr, sehr schnell in Felder umzusetzen. Das macht er hier gerade nicht so gut. Es startet sich sehr, sehr viel Holz an. Da würde ich sagen, mal so 3, 4 wegnehmen und, äh, Felder bauen. Das ist auf jeden Fall nicht sauber. Und 300, also sehen wir mal, geht noch deutlich besser. Er hat jetzt hier, der ist deutlich näher, daran sein Holz, äh, gen 0 zu halten. Das ist immer das Ziel, wenn man gerade wirklich nur die Scouts hat und noch keinen Übergang auf irgendwas anderes macht. Schön einfach die ganze Zeit das Holz auch gegen 0 tendieren lassen. Das ist, ist auch hier wieder Schlüssel. Ähm, jetzt hier mit dem Scouts nach vorne gehen. Hm, er hat viele Schwerträger zu Hause, kann man machen. Ähm, geht noch dabei fleißig zu Mauern. Hier kriegt man noch, wenn er hier aufpasst. Sehr schön, das gefällt mir. Und dafür hat er hier so ein, ja, hat er die Gegner mit dem Schwerträger ein. Genau, das ist ganz gut gelaufen. Da hat er hier einen doch, wo er gegen zwei Scouts getradet. Ja, das muss er nicht machen, da kann er wieder auskratieren. Äh, das wird jetzt hier gefährlich, da würde ich rauslaufen. Ja, aber bislang läuft es doch ganz gut eigentlich. Also dafür, dass Arabien so gar nicht seine Lieblings-Map ist eigentlich. Aber wir sehen, dieses Holzproblem ist wirklich gravierend. Also das ist aktuell, musst du fast eigentlich, ja, jetzt, jetzt habe ich gehört. Also, schön, das Holz runterballern. Ausgeben, 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 das ist der Schlüssel. Jetzt kommt das Feld Upgrade, das ist ein bisschen später, natürlich besser als nie. Äh, und dann muss man sich natürlich auch den Gedanken machen, was ist mein, äh, Follower-Plan? Will ich weiter auf, ähm, auf die, ähm, ähm, Klaus gehen? Der Gegner ist jetzt schon zugemauert, äh, ist wahrscheinlich kein guter Plan. Oder will ich, äh, in die Offensive gehen, vielleicht mit Bogenschützen, möchte ich in die Ritterzeit gehen. Ähm, Ritterzeit zu machen, wenn man selber noch nicht gemauert ist, ist es ein bisschen riskant. Sondern die Militärproduktion einzustellen, ist riskant auf jeden Fall. Er sieht jetzt auch beim Gegner schon, äh, die Schießanlage. Also er kann davon ausgehen, dass der Gegner hier auf Bogenschützen, äh, umschwenken wird. Ähm, da wäre eine defensive Schießanlage auch eine gute Idee an sich. Übrigens, ähm, nicht so schön, dass das, ähm, das Mining-Camp hier direkt ans Gold gebaut wurde. Da gerne eine kleine Lücke lassen, um das ganz effizienter zu gestalten. Ich versuche hier noch reinzukommen. Für die Scouts versuchen, mehr aktiv um die Basis herum zu bewegen und eher in diesem Bereich zu halten. Einfach zu gucken, ob der Gegner schon irgendwie noch mit Bogenschütz unterwegs ist. Wir sehen es jetzt hier natürlich, dass es nicht der Fall ist. Jetzt kommt der zweite Stall hier. Den wird er hoffentlich nicht verwenden in der, ähm, der Führerzeit. Müsst ihr jetzt eigentlich seinen Fokus drauf legen, in ihrem Bereich zu kommen, weil er kein weiteres Militär gemacht hat in der Zwischenzeit. Geht das jetzt auf dem Weg. Von Ressourcen müsste es bald reichen. Also klar, den zweiten Stall, wenn man auf doppelten Stall gehen möchte, ist, ähm, ist in Ordnung grundsätzlich. Also zwei doppelte Ritterproduktion zum Beispiel. Oder halt ein paar, ähm, Kamela auch. Kurzsätzlich okay. Aber der zweite Stall ist halt ein bisschen früh. Zeigt aber auch wieder, dass er halt noch sein Holz nicht ausgegeben hat die ganze Zeit. Jetzt hoffentlich geht es in die dritte Zeit. Beide ungefähr mit gleich vielem untätigen Dorfzentrum. Also da sind wir ja relativ ausgeglichen unterwegs. Der, ähm, Dornram hat an links die Schubkarre erforscht. Also da, daher ist er noch ein bisschen, ähm, hinterher, was die doch ohne Anzahl angeht. Aber seine Basis sieht doch sehr, sehr ordentlich aus. Er ist sehr geschützt, sag ich mal. Er ist sehr gut gemauert. Aber auch, auch, sein Verbänder ist jetzt nicht so, super, äh, ähm, würde ich sagen, entblößt. Er hat das hier, ähm, sehr schön zusammengebaut und hat seine Spätträger verteilt. Beim Gegner, oh, jetzt ist er durchgebrochen, das darf natürlich auch nicht passieren. Schön, dass sein Verbänder da dran bleibt und sich den Doktor hier vielleicht, äh, leider ein bisschen mehr aufpassen müssen. Den hier müsste er sich jetzt hier holen. Ähm, was wir beim Gegner hier im Produktionstab sehen, ist auch ein klassischer Fehler. Ähm, dass er eben Militärgebäude gebaut hat, die er nicht benutzt. Also er hat hier eine Schießanlage, die wurde nicht verwendet. Vielleicht war die, äh, mit dem Gedanken gebaut worden, dass Semperbänder vielleicht auf Schützen geht. Und er wollte das irgendwie defensiv-präventiv machen, aber, naja, das hat sich nicht richtig gelohnt. Jetzt kommt zumindest mal die Upgrades, also es sieht so aus, möchte, ähm, Dornrim hier auf Kavallerie gehen doch. Aber das hätte sich herausfinden lassen. Also man hätte auch mal hier umschauen können. Also beide gehen jetzt hier auf Kavallerie. Das können wir schon mal daraus, äh, wegnehmen. Schön, dass er jetzt hier, ähm, scouten geht. Noch sehen wir keine, ähm, keinen zweiten Stahl im Übrigen. Das ist eine wichtige Information. So. Da jetzt kommen... Wer ist die Dinger nochmal? Steppenreiter. Ja. Hm. Ist nicht schlimm, sag ich mal. Aber wenn man davon ausgeht, dass der, ähm, dass der Bärber auf Kamele geht, oder zumindest ein paar Kamele macht. Das ist natürlich wieder schwierig. Aber jetzt schauen wir erstmal. Die, äh, könnten, ähm, zumindest in dieser Position hier gefährlich werden, aber auch hier beim Gold. Also, das muss man auch nochmal mit einbeziehen. Hier könnte er eigentlich kämpfen. Er ist noch in Überzahl. Die sind mit Upgrades aus. Keine, ähm, Bloodlines gemacht. Keine Zucktauswahl. Der Gegner schon. Gegner hat Defensiv-Upgrade drauf. Eher Defensiv... äh, beide haben Defensiv- und Offensiv-Upgrade drauf. Dann haben wir dann mit dem zweiten, ähm, Feld-Upgrade übrigens auch schon. Zweites Holz-Upgrade würde ich mir auch bald wünschen. Obwohl er seine Nahrung eigentlich eher im Militär stecken muss aktuell. Auch schön das Kamele da einzunehmen. Also strategisch, ähm, eigentlich. Kann man da nichts gegen sagen, was die aktuell läuft. Im Center Blender. Zwei zusätzliche Dorfzentren. Und die Zucktauswahl kommt da zu. Wunderbar. Jetzt sieht er hier auch der Gegner. Baselder, den muss er sich eigentlich schnappen. Und hier könnte er, hier und hier kann er dank seiner, ähm, ganzen Reiter, seiner allerdings weiße Stemmreiter eigentlich dann aufgehen. Und hier kann er, ja, das kann man nicht kämpfen, aber da muss er weg. Äh, wo bleibt die weitere Produktion der Bloodlines wird auch rausgehauen, klar. Also wir wissen mal, wir hätten halt hier zumindest noch ein weiteres Dorfzentrum. Der hat auch schon weitere Felder dahin gebaut. Wir hätten auch übrigens noch mit keinen weiteren, ähm, Wirtschafts-Upgrades aus der Ritterzeit. Aktuell ist es noch sehr ausgeglichen eigentlich. Das Einzige, was man hier noch, ähm, wirtschaftlich mit einrechnen müsste, ist halt, dass, äh, selbst wenn er noch, noch keine Schubgabe hat. Das heißt, er geht grundsätzlich ein bisschen mehrere Rohstoffe ein, aber, äh, äh, Dorfwunder technisch sind wir hierherhaltig vielleicht auch so. Das müsste eigentlich okay sein, wenn er sich das hier gönnt. Hat natürlich noch drei Scouts hier mit drin, aber, wenn er nah am Hügel bleibt. Ja, er bleibt erstmal vorsichtig, ist auch grundsätzlich nicht falsch, würde ich sagen. Es scheint immer noch auf dem einen, ähm, Stall im Ding zu sein. Sehr zögerlich von beiden auch. Also, die tasten sich sehr, sehr ab. Ist aber grundsätzlich, ähm, nicht verkehrt, würde ich sagen, in der Situation. Man kann auch ein bisschen passiver spielen. Basieren auf den vorliegenden Informationen. Das gefällt mir sehr gut, dass er hier nochmal so Scouts abkapselt und die, die Karte aufdecken lässt. Der hat jetzt ja auch sein, ähm, sein Kloster gebaut. Oh, jetzt sieht man, er hat doch mal ein bisschen mehr militär. Ja, da hat er selber, wenn er nicht konsequent genug ausgebildet hat. Also, da ist viel Leerlauf drin gewesen. Wahrscheinlich zugunsten der Dorfwunder-Produktion. Oh, warum, okay, warum kommt jetzt hier abgöste Schützen, obwohl man keine Schützen macht? Das ist Nahrung, verschwendet wurde. Wir brauchen keine Gefiderung. Wir machen keine Schützen. Das einzige, was davon profitiert sind jetzt die Dorfzentren, äh, wenn die defensiv, äh, agieren. Komm, also, das ist jetzt, ich glaub, hier dran wird er scheitern. Dass er keine weitere Armee ausbildet, der Gegner aber schon. Das wird hier, ähm, relativ bald einfach, ähm, überrannt werden. An schierer Anzahl an gegnerischen Einheiten. Die einzigen Einheiten, die er ausgebildet hat in letzter Zeit waren Mönche. Die natürlich in der Defensive gegen die aktuellen gegnerische Armee helfen werden. Aber, wenn der Gegner hier halt konsequent weiter Armee macht und er nicht, dann ist es früher oder später ganz klar, wohin die Reise geht. Donald hat auch schon eine Reliquie eingesammelt, sehen wir hier. Ich tue mal ein bisschen weiter vor, dann mach's ein bisschen schneller. So, da kämmt seine Armee auf dem Hügel. Ja, also, er wird das Spiel daran verlieren, dass er einfach aufgehört, an der Armee auszubilden. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, warum er gedacht hat, ich brauch einfach keine Armee. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass er Gegner auch überhaupt nichts draus macht. Er ist sich entweder des Vorteils nicht wirklich bewusst oder er ist selber einfach zu ängstlich. Das kann sein. Ich würde an der Stelle des roten Spielers auch einfach ab und zu mal vorbeischauen. Hat er länger nicht getan. Hat ihm auch schon zwei Reliquien geschnappt, also scheint auch sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. So, die defensive Burg hier von Semperblender, die ihm natürlich auch noch bis Zeit kaufen kann, potenziell. Aber, ja, es gefällt mir nicht so gut, dass der Dawnram hier seinen Vorteil nicht ausnutzt oder sich vielleicht auch einfach nicht seines Vorteils bewusst ist. Jetzt hat er sich das zweite Holz-Upgrade geholt. Ach, jetzt kommt doch erst das zweite Defensive-Upgrade für seine Reiter. Beim Semperblender sind immer noch die ersten Upgrades da. Mir ist einfach sehr, sehr lange nichts dazugekommen. Ich hoffe mal, jetzt kommen wenigstens Rangodal. Also, ich habe mich, also, dieser Armee Count ist schon sehr, sehr lange so. Das ist ein grober Fehler, wirklich ein ganz grober Fehler. Da geht er sich immerhin hier noch die Punkte unter den Einheiten, also dass er hier zumindest auf zwei Stellen produziert ist. Das ist das denn eigentlich, wo schon das ist. Auf jeden Fall möchte ich Upgrade. Semperblender jetzt auf dem Weg in Piratzeit ohne Armee und ohne Armee Produktion. Ja, also gut, jetzt kommen jetzt so langsam die Mangoda rein, aber ich sehe hier, sobald der erste größere Kampf kommt, den der Dawnram jederzeit ausrufen sollte, dann wird es hier sehr eng. Schauen wir mal. Noch? Passiert nichts. Mir gefällt aber, dass er ab und zu auch mal sich oben schaut. Das müsste er aber alle Alarmglocken bei ihm klingeln lassen, dass er hier sieht. Der Gegner ist ihm so zahlenmäßig überlegen. Der Gegner jetzt auch mit Schützen-Upgrades, aber ist hier noch keine Schützen von ihm. Vielleicht baut er aber auch gerade eine Burg. Kann natürlich sein. So, jetzt ist er ja immer auf der Pirsch, wie es aussah. Kann natürlich hier ein bisschen hinlaufen, aber an sich ist er hier nicht so verwundbar. Oh, nein, oh nein. Oh, lieber Semper Blinder, bitte, bitte, bitte. Benutzen nie wieder die Dorfglocke. Das gerade deine gesamte Wirtschaft komplett lahmgelegt. Wegen, nennen wir es mal 10 Dorfwohnen, die in Gefahr sind. Hast du jetzt einfach gesagt, ich möchte bitte kein Rohstoff einnehmen für die nächsten Minuten. Du hast gerade deiner Wirtschaft so einen krassen Schaden zugefügt, den der Gegner dir gar nicht hinzufügen können. Bitte, falls du ein Hockey dafür hast, löscht den und drücken die wieder auf diesen Knopf. Also, ja, das tut immer wieder weh, wenn ich sowas sehe. Klar, das Spiel bringt einem das so ein bisschen bei, dass man das machen soll, aber es tut einfach immer weh. Einfach immer lokal die Einheiten einquartiertes, die ist die Antwort so. Also, die Einheiten, die Hoffnung, die oben waren alle nicht in Gefahr, aber alle aufgehört zu arbeiten. Das heißt, er hat jetzt einfach in der, nennen wir es mal eine Minute, in der das alles inaktiv war, hat er halt einfach Ressourcen zum Fenster ausgeschmissen. Ja, also, ich bleibe auch dabei, dass es eben unfassbar viel Zeit gibt hier. Sind beide sehr, sehr sehr passend, aber der Gegner scheint sich das Vorteil einfach nicht genug bewusst zu sein. So, dass der, ähm, den Sinnverblender jetzt seine Lasche Armee Produktion nicht auf die Füße gefallen ist bislang. Jetzt kommen auch die, ähm, Kamenbogen-Schützen hier. Ich muss aber auch dazu sagen, natürlich, im, im Late Game, da sind die Mongols stark im Late Game, aber die, das wäre beim Late Game, das kontert die einfach, einfach wegen der Spezialeinheiten. Ja, jetzt gehen wir mal drauf hier anscheinend, na, oder? Oder auch nicht. Also, viele, äh, Sinnverblender kriegt viele Einheiten, äh, nachvollstrichen geschenkt. Ist da nicht nur Reliquien aus, oder? Der Dorn hat vier Reliquien bekommen. Oh, ja, das sieht noch einen schlechten Kampf aus. Eieieiei, hatte einiges verloren. Das ist eine hervorragende Position für eine Burg, im Übrigen, muss man den Brot noch lassen. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich möchte auch einmal die Aufmerksamkeit auf, ja, eigentlich, wenn ich mir das so angucke, muss ich das bei beiden sagen, tatsächlich. Einmal auf diese Reihe hier zu werfen, lenken. Ich möchte die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ähm, keine Armee-Produktion. Massenweise Ressourcen. Keine Armee-Produktion. Beide Spieler würden deutlich besser darstellen, wie auch im ersten Spiel, wenn sie sich nicht weigern würden, ihre Ressourcen im Militär umzusetzen, um mit dem Militär irgendwas zu machen. Natürlich klassischer Fehler, auch auf dem Niveau immer noch, aber, äh, ich werde es nicht müde, es, äh, hervorzuheben. Also, wir haben einfach wenig Armee-Produktion. Beide machen gerade einfach nur, ja, Trebuchets. Trebuchet. Er macht hier wenigstens noch das schwere Kamel gerade, also da könnte man auch noch mehr Stelle natürlich bauen. Oder nutzen zumindest. Also ja, ich weiß ja, dass er mindestens zwei Stelle haben muss. Ähm, das haben wir an der, an der gleichzeitig, zeitgleichen Produktion einmal gesehen. Um, ja, und zudem, mit dem Militärstand würde es sich auch lohnen, die, ähm, Upgrade für die, äh, Ritter zu machen. Chevaliere. Alles kommt noch rein, aber. Wenigstens kommen auch noch Upgrades bei beiden rein, das ist ja zumindest noch gegeben. Jetzt habe ich jeden einen reinstecken, bevor die Upgrade drin sind, dann sind natürlich einige Ritter noch verloren. Hier das Ganze auch so einen entscheidenden Kampfzusteuern gerade. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier ist. Achso, das macht, glaube ich, dass die Kamel sich so ein bisschen heilen. Mal schön gesnipet hier, wieder gut gemacht. Ja, also, ja, der rote Spieler, der, ähm, ist ein bisschen zu passiviert. Er hatte jetzt einen Upgrade, der müsste eigentlich mal drauf gehen. So soll ich keine Angst vor dem Mangodai haben. Und kann die, ähm, der muss jetzt auf jeden Fall smiten. Geht auch so ein bisschen in die Wirtschaft rein. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder die Hauptglocke. Das hat man nicht. Ja, das ist natürlich ein guter Kampf für Rot erstmal. Ob sie besser laufen können, da sind natürlich ein paar von den Einheiten stecken geblieben. Aber halt einiges an gegnerischen Einheiten erwischt. Aber auch keine Mähproduktion von beiden Spielern, ne? Ja, oder? Wir sind, glaube ich, irgendwo Mangodai gerade. Hier kommen noch Mangodai, zumindest. Aber hier beim Gegner, da ist auch sehr, sehr wenig los. Ja, jetzt hat er seinen letzten Mangodai versucht, einzusetzen, um die... Wurke zu schneiden, das hat nicht geklappt. Ja, und jetzt hat er im Prinzip auch keine Gebäude mehr, mit denen er produzieren kann. Denn die Tribuke werden bald alle seine Burgen aufräumen können. Ja, das sieht doch sehr düster aus zu dem Zeitpunkt. Für unser Spiel ein Blau. Ja, das Spiel ist durch, würde ich mal behaupten. Da kann man nicht allzu viel mal retten. Und ich würde sagen, dass der Semper Blender eigentlich die Gelegenheit hatte, zurückzukommen oder zumindest Druck auf den Gehen aufzubauen, dass es eben nicht zu einer Situation kommt wie dieser hier, wo man dann klar sagen muss, klar, da kann man als mongole Gegenwehr aber eben einfach nicht allzu viel machen. Zeit genug gelassen hat ihn der blaue Spieler da. Äh, der rote Spieler. Ja, GG. Das ist der richtige Zeitpunkt, um aufzugeben auf jeden Fall. Schön zu Ende gebracht, am Ende von Dornram. Aber bei beiden Spielern würde es mich... Tut es mir einfach weh, dass sie so wenig Armee produzieren. Müssen mehr Produktionsgebäude kommen, mehr Armee kann es dann rausgepumpt werden. Dann würden beide deutlich besser abschneiden. Ähm... Ja, die Voltaienzeiten für die Elo sind okay, denke ich mal. Dritte Zeiten haben mir gut gefallen, auch in dem Bereich, muss man sagen, ist, denke ich mal, typisch oder einfach gut. Ähm... Hat mir gefallen, dass beide auf die Reliquien auch gegangen sind, weil der rote da anscheinend früh war, sehr früh war. Und... Ja, der rote hat sich natürlich... Er hat sich klarer abgemauert, aber man muss auch sagen, dass die Karte von Semper Blender nicht so einfach zu machen war. Da fand ich seine... Ähm... Seine Lösung hier eigentlich ganz gut. Besonders wenn man bedenkt, dass ich am Anfang dachte, oh nein, das Haus ist schlecht platziert, aber hat er... Hat er gut gemacht. Ja, so ein bisschen, äh... Die klassischen Fehler natürlich, aber... Ähm... Ich denke, es wäre auch für Semper Blender durchaus ein Sieg drin gewesen. Es ist so, dass die anderen Spiele anscheinend alle, ähm, für... Ähm... Dornrim für den Spielern rot recht klar ausgewandert sind, und dass das, ähm, letzten Endes kein... So... Schön, dass Best of Five geworden ist, wie man sich das vielleicht hätte... Äh... Wünschen können. Aber zumindest diese zwei Spiele, die wir jetzt hier gezeigt haben, die ich analysieren konnte, die... Sind auch eigentlich ganz unterhaltsam gewesen, und für das Niveau, denke ich mal, auch relativ ansprechend verlaufen, und auch sehr recht typisch, so für das 1200 Elo... Äh... 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 Aus seinem Kanal. Äh... Das werde ich euch nochmal verlinken, und... Ja... Schauen wir mal, wie es... Wie es mit den beiden weitergeht. Wir werden sicherlich von Semper Blender nochmal hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.